Mit Wolle wattierte Vichy-Karo-Hose zum Vintage-Velour-Wickelkleid aus Viskose mit Nappa und Alpaka-Applikation und Animal Print gab's im letzten Jahr schon. Und am Indigo-Neckholder aus Neopren haben wir uns auch langsam satt gesehen. Aber Elastane-Epauletten im Ethno-Style und floraler Flanelle mit Fake-Fur, das ist geil. Polyester-Piquet-Patchwork wirkt wahre Wunder. Und dann im Piloten-Style Push-Up-Polunder, Paisley-Parker und Pepita-Pams mit Pailletten von New York über Mailand nach Tokio-Jetten. Satin-Seide-Slipper mit Stone-Washed-Appeal und ein Oversized-Overall, das nenne ich Stil. Doch ein halbes Jahr später kommt dann auch schon wieder die nächste Kollektion. Da darf man dann bloß nicht den Anschluss verlieren, weil wir Schöpfer Schönheit stets neu definieren. In der Frage, was schick ist, haben wir hier das Sagen. Und wer Geld genug hat, der darf das dann tragen. Und der Rest, ja, der darf es im Schaufenster sehen. Und die ganz armen Schweine, die müssen es nähen. Und so schnell lebe ich unser Business auch ist, bin ich sicher, dass man mich so schnell nicht vergisst. Denn auch wenn die Zeit jeden Trend schnell vertreibt, der ökologische Fußabdruck bleibt. Und so schnell lebe ich schaff mir zum ersten Punkt. Vielen Dank.